Zum Beispiel Sehr viele Leute wissen, dass die Tri-State-Area eine By-State-Area mit der angrenzenden Area War nur wenige Wissen, dass die Areas ursprünglich nicht verbunden, sondern drei Areas waren Die Gründer unserer Area waren alles Freidenker, sie waren unbürokratisch, machten was sie wollten Erbrachten sie das Rathaus, sie aus Sri Lanka auf dem Rücken von sieben Meeresschildkröten Die Geschichte unserer Area, die Tri-State-Area, der Boden hier ist hauptsächlich das Leben Wer was anderes hat, der Lüge, das sind Geschichten, die sie gar nicht war, wie's wirklich ist, das können sie hier sehen Das da ist ein Diorama unseres ersten Dioramas von Vincent Diorama, ein netter Mann Ja, er wohnte hier, ich mein, in diesem Raum, bis er letzten Monat aufzog und was Neues fand Die Geschichte unserer Area, die Tri-State-Area, die stellen wir sehr anschaulich hier aus Zwiebeln werden hier gegessen, in Kartinen und auf Fessen und der Bigfoot ohne Haare liebt hier auch Die Geschichte unserer Area, die Tri-State-Area, die Venus hatte sogar ein Büro Es gibt keine bessere Regen, alle wollen hier leben, willst du es nicht, dann geht nach der Gebro Die Geschichte unserer Tri-State-Area